Ja, ja, das tut gut. Was möchte Isaran tun? Irgendwas Besonderes den Tag über oder nur Protokolle, Berichte, irgendwie, ja, weißmagisches Zeug? Genau das. Also sie muss ja die Übergabe an den Magister Gerstenkorn vorbereiten. Das wird sie dann heute machen, weil sie ja am nächsten Tag mit dem Herzog mitreisen wird. Mhm, gut. So, das sind die letzten Berichte von dir. Gut, damit komme ich, glaube ich, klar. Ich werde das die nächsten paar Tage nochmal durchlesen und dann sollte ich eigentlich im Bilde sein. Du reist wieder nach Garedab, habe ich gehört, ja? Das ist der Plan, genau. Also ich vermute, wir werden nochmal hier nach Berreinefurten zurückkehren, um die Gefangene mitzunehmen. Und man wird sich dann hoffentlich noch einmal sehen. Mhm. Was hältst du eigentlich von der neuen Akademie in Gared? Ich meine, jetzt, wo wir aus Beilung raus sind, ist ja doch schon einige Zeit her. Wann hattest du sie das letzte Mal gesehen in Gared? Ist ja doch nur, du bist jetzt schon ein halbes Jahr bist du hier, oder wie lange? Mhm, genau. Also direkt nach meiner Aufnahme in den Orden wurde ich hierhin versetzt. Oh, das neue Gebäude, ja. Es ist ein schöneres Gebäude, natürlich. Verzertelt natürlich auch ein bisschen die neuen Rekruten. Also unser berühmter Beilung Karotz ist jetzt nicht mehr. Es ist halt so eine ehemalige Kanzlei eben. Man wird sehen, also angemessen sind die Räumlichkeiten auf jeden Fall. Und wir haben deutlich mehr Platz auch für Ordensangelegenheiten. Das ist das Schöne. Ja, vor allem in bester Umgebung. Ich glaube, da haben die Magier von der weißen Rüstung, haben da, glaube ich, ganz schön geflucht, als sie gesehen haben, dass wir umziehen und dann nicht nur irgendwo hin, sondern wenn wir dann gleich zum Schlossplatz verlegt werden, direkt an die alte Residenz, das ist ja schon mal ganz prächtig. Auch wenn ich die Seeluft vermisse. Das stimmt wohl, aber die erste Adresse für die erste Akademie des Reiches, das ist schon das Richtige. Ja, da, wo wir hingehören. Ganz richtig. Ich denke, es ist vielleicht auch ein bisschen besser, wenn wir näher am Hofe stehen. Einfach um, ja, die Zeiten, die Kommunikation braucht, schneller abzuwickeln. Wie kommst du denn als Tobrierin, also dann in der Hauptstadt so klar? Das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man dann von Spurgelsen aus regiert, oder? Sehr anders, also gerade die topischen Flüchtlinge haben ja auch nicht den besten Ruf, was die Sache nochmal ein bisschen schlimmer macht. Ja, 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 die haben sich um die Städte herum angesiedelt, da hatte ich auch schon den ein oder anderen Einsatz, wenn ich dann ausgeliehen worden bin. Irgendwelche fehlgeleiteten Artefakte, die aus den schwarzen Landen mit rüberkamen. Ganz richtig. Die Tobrier machen richtig Stress da drüben. Ja, das ist das große Problem mit denen. Also manchmal hat man auch so Leute dabei, die sich als Flüchtlinge ausgeben, aber dann gewisses Gedankengut mit sich tragen, was nicht unbedingt zwölf Götter gefällig ist. Ja, ich will gar nicht wissen, was sie da unten in der Kanalisation treiben und dann... Sie sollen doch eher hier sein und dann an unserer Seite streiten. Wir werden sicherlich noch einige Zelte in Perrinefurten aufstellen können für sie. Mit Sicherheit aber. Anscheinend fehlt ihnen der Mumm. Bitter, wenn man das über Tobrier sagen muss. Ja, tut mir auch ein bisschen weh. Als Beilunke. Klar, liegt in Tobrier, aber... So mit euch Landvögten kann ich dann nicht mithalten. Wohl wahr. Nun ja, aber... Ihr konntet euch ja schon ganz gut einarbeiten hier. Es ist ja... Meistens ist es das Gleiche. Es kommt hier ein Flüchtling, da ein Flüchtling, dann kommen die Ritter heim, dann kommt das Regiment. So Leute wie die von vorgestern. Das ist sehr ungewöhnlich. Ja, und dann gleich eine ganze Gruppe. Was sie da alles aus den Rucksäcken gezogen haben. Unglaubliches Zweik. Ganz unabhängig von den Sachen, die... Die Quadriga... Was auch immer. Die Quadriga mit vier Pferden in Tobrien. Nicht mal zu besten Zeiten gab es Straßen, die so etwas mitgemacht haben. Das ist wohl wahr. Dann dieser widerlich stinkende Bettler, den habe ich glaube ich damals auch schon... Habe ich ihn gar nicht gesehen. Sie sehen alle gleich aus. Zumindest... 800 Dukaten hatte er wohl in seinen Taschen. Ja, also... Anders als mit Kriminalität wird er gar nicht da rangekommen sein. Aber mein Onkel, der ja in Kunschum als Botschafter dient, der meinte schon... Ja, der Tulamide, das ist ein seltsamer Typ. Kann er sich glücklich schätzen, dass er von uns gefilzt worden ist und nicht von den Rondrianern. Die hätten ihm die 800 Dukaten gleich abgenommen. Mhm. Naja, die können die mit Sicherheit auch besser gebrauchen als so ein Bettler. Na, wir können die auch besser gebrauchen. Sollten wir ihn mal fragen, ob wir ihn um eine kleine Spende bitten, aber... 800 Dukaten... Naja, vielleicht... Die Travia-Kirche, die könnte vielleicht mehr Erfolg haben, weil ihm erschienen sehr auf Travia erpicht zu sein. Ja. Gab ja auch diese Artefakte zurück. Ja, vielleicht. Stimmt, richtig. Vielleicht können wir ihm da... Oder vielleicht kannst du... Wenn du sowieso mit ihm ziehst, kannst du ihm ja mal ein bisschen ins Gewissen reden. Ich bin sicher, dass... Also nicht mal ich habe 800 Dukaten, die ich mit mir rumschleppe in Kristallen. Weil Dukaten zu schwer sind. Worum er sie her hat. Ja. Was für eine seltsame Ausrede. Na, er hatte ja auch diesen... diesen... Jorgurma-Kalukat dabei. Den haben die Bandstrahler ihm gleich abgeknöpft. Ja, Konterfall von... von Galotta. Damals waren die Hofmagier noch... nicht so diszipliniert. Fängt mit Icanaria-Schmetterling an und dann ist man ganz schnell bei... den Schwarzmagiern. Ja, das ist... ein kleiner Schritt nur. Und schon ist man auf dem falschen Pfad. Ja, frag ihn doch mal. Vielleicht, äh... Die anderen sahen jetzt nicht so aus, als ob sie wüssten, dass das ein... ein armer Schlucker ist. Beziehungsweise eben nicht, aber... Spricht ihn doch mal in einer freien Minute drauf an, wenn du mit ihm reist, dann... was er mit dem Geld vorhat und ob er das nicht vielleicht... mal wieder aufmachen und, äh... schauen, was unsere neuen Freunde so treiben in ihrer Taverne. Gut. Torgosch, hast du noch irgendwas vor? Ich, äh... bespreche mit den anderen Zwergen alles, was ich... alles, was sie über Höhlendrachen wissen, an das ich mich persönlich nicht erinnere. Also, ob die schon mal Höhlendrachen A gejagt haben, was da so passiert ist. Oder ihr Opa oder ihr Großopa, wen auch immer sie da Geschichten kennen. Malma kann dir von einer Höhlendrache-Geschichte erzählen. Er stand wohl, ähm... Es fühlt sich ein bisschen an wie eine Geschichte, die du bei Opa gehört hast. Aber er berichtet sie so, als wäre sie ihm geschehen. Ähm... Auf einem großen Schlachtfeld, wenn man mit verschiedenen Heeren gegeneinander zieht. Es waren wohl drei verschiedene Heere. Und in dem einen befand sich ein Höhlendrache auf offenem Feld, der dann alles niedergetrampelt hat. Und man hatte dann versucht, diesen Höhlendrachen mit... Er sagt, es waren wohl 25 Kämpfer, ein Halbbanner. Hat man diesen Höhlendrachen dann eingekreist, umringt. Ähm... Musste dann auch relativ schnell arbeiten, weil die Rüstungsteile, die man da getragen hat, aus Eisen, sind dann sehr, sehr schnell heiß geworden, sodass man in seinen eigenen Rüstungsteilen gekocht wurde. Ähm... Natürlich gab es auch einige, die gefressen worden sind, denen einfach der Kopf abgebissen ist, die dann, äh... Ja, blutsprudelnd zusammengesunken sind. Zumindest die restlichen Teile, die noch da waren. Während dann, äh, zwei, drei Helden auf den Kopf, äh, des Höhlendrachen gestiegen sind und ihm dann, ähm, ja, das, äh, Schwert in den Kopf gerammt haben. Das ist so seine Geschichte. Sehr gut. Eine epische Geschichte von Zwergen, die ausgezogen sind. Ja, mehr hab ich mir erst mal nicht vor. Also, äh, der, der, der Ton, der hier angeschlagen wird, mit, äh, sechs oder sieben Helden, muss man nicht gegen einen Höhlendrachen ziehen. Zumindest nicht, wenn er groß ist. Das ist eher was für 20, 30 Leute. Vielleicht noch mehr. Ja, die Zeit vergeht und, ähm, natürlich, äh, geht so jeder seinen eigenen Dingen nach, bis ihr dann am letzten Abend des Tages wieder alle beisammen seid. Ich wollte eigentlich noch diese, diese italiane Werdinger zum Gespräch einladen. Möchtest du alleine mit dir sprechen oder möchtest du in der Gruppe? Ich würde Sie dazu bitten, ich würde Sie vorher aufklären, äh, den, über den Inhalt des Gesprächs, dass, äh, ich einem guten Freund eine schlechte Nachricht überbringen muss, dass sein, sein, sein Verwandter jetzt in Galotters Hallen als Untoter dienen muss. Und da wird sie wahrscheinlich als, äh, als Italianerin, Neuniten, äh, wahrscheinlich dabei sein wollen. Ja, ähm, sie hatte noch kurz überlegt, ob sie dann, äh, wieder mit ihrem kleinen Sohn Draculan, ähm, durch, äh, die Gegend spaziert, äh, aber wenn sie dann von so einer Nachricht, äh, hört, schickt sie dann erstmal ihren kleinen Jungen zurück, dann zu dem Vater ganz lieb und begleitet dich dann schweren Herzens. Ich würde probieren, äh, Jalan, der sich hoffentlich in der Gaststube aufhielt, aufzusuchen, zu finden. Ich möchte zuvor auch noch, ähm, Jalan auch ein wenig Gesellschaft leisten, ihm, ja, kameradschaftlich, äh, Hand auf die Schulter legen. Ich werde erstmal noch ein paar Kindheitsgeschichten mit dem Markt ausgetauscht haben. Ja, darauf habe ich gewartet, also ich habe das abgewartet und dann. Ja, und sie dann mit einer Handvoll Münzen und die Versprechen, dass ich mich kümmere, soweit ich Zeit habe, erstmal wieder nach Hause geschickt. Äh, Jalan, was tun wir noch? Hm, nun, unser Bestes? Vielleicht noch nichts genug, vielleicht können wir mehr tun. Wäre unser Bestes nicht, hier etwas zu tun für die Leute, denen wir helfen können, und nicht auf... Geheiß von irgendjemandem, der nicht mal selbst den Hintern hochkriegt, nach Yorga um abzuweiten, oder irgendjemandem, von dem wir nicht einmal wissen, ob er überhaupt noch am Leben ist, wieder zurückzuholen? Mann, war das ein Reinfall. Könnte nützlich sein, diese Flüchtlinge zu evakuieren, sie in Sicherheit zu bringen, doch nicht im Winter, und dafür bräuchte man mehr Vorbereitung. Irgendwann wird kurz hinladen, schaut dann zu Jalan und, äh, wenn er dann bei ihm steht, der hohe Herr, ich hatte... Ist die Mark zu euch gekommen, die ich gefunden habe? Ja, danke, danke. Mehr habe ich nicht gefunden. Es ist in Ordnung. Es... Es war schon mehr, als ich mir erhofft hatte. Es ist schwer, es sind wirklich viele Flüchtlinge, und, äh, ihr habt recht, wenn sie mitbekommen, dass man Geld hat, umschweren wir einen wie Kinder in Kunjung. Bist du... wirst du mit dem Geld durchgekommen, das ich dir gegeben habe? Ich hab's gut angelegt. Gut, gut. Ich zählt ja an den Tisch heran. Jalan? Ah, Magister. Euer Ehren. Könnte ich euch unter sechs Augen sprechen. Ist... Ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Von eurer Familie. Oh, Braia's safe. Natürlich, natürlich. Ihr hebt mich dann etwas. Hm, wie hebe ich von meinem Tisch? Zieh nochmal einen halben Humpen Bier leer. Hab mir nicht bitte noch mehr schlechte Nachrichten. Ich hab ihm schon heute eine schlechte überbringen müssen, durch so eine. Ich fürchte die schlechten Nachrichten, wir haben heute kein Ende. Meine Herren, wir sind dann hoffentlich bald wieder zurück. Das ist meine Wache an dir. Es folgen weitere. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Schau instinktiv in die finsterste Ecke in dieser Tawirne. Habt ihr... Alles in Ordnung? Ihr los. Habt ihr was gesagt? Nein, nein. Jemand hat halt auch gesagt. Hört ihr die Stimmen? Ja, lad, ich höre auch manchmal Stimmen. Das ist in Ordnung. Das geht uns allen so. Zumindest mir auch. Oh, Gott. Spricht mit Idylliane darüber. Das habe ich auch gemacht. Schlimme Dinge passieren, wenn man da unten ist. Ja, vielleicht. Magister, kommt. Gehen wir nach. Ich würde ihn mal die Tappe hochführen. Wahrscheinlich zurück zum Lagerplatz, die wir wahrscheinlich haben. Wir würden sich eine Kamera haben, ja. Ich würde dann in die Kammer eintreten und ihn einen Stuhl zurechtrücken. Ich würde mich selber einen weiteren Stuhl holen und mich ihm gegenüber setzen. Nalan, er müsste jetzt sehr stark sein. Und ist die... die Gewalt ist dabei, ja? Ich wollte aus. Ja, sie ist mitgekommen. Aber sie lässt das jetzt komplett Abelmeer machen. Das ist seine Aufgabe. Ist das wirklich so schlimm, dass ich mich setzen muss? Ich fürchte schon. Dann werde ich mich da hinsetzen. Abelmeer, was tut ihr? Ich muss euch leider schlechte Kunde bringen. Ihr wisst doch, ich konnte mich im schwarzen Palast frei bewegen. Was habt ihr getan? Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nur etwas beobachtet. Dieser Haushofmeister von Galotta. Ich glaube, es war ein Verwandter von euch. Ihr nannte sich Vospa von Bergenhus. Schnattermoor. Zumindest wurde er so von den anderen, die dann gerufen. Vospa. Das ist nicht ganz die schlechte Nachricht. Wenn das nicht die schlechte Nachricht ist, was dann? Und passt jetzt gut auf. Ihr müsst jetzt, wie gesagt, sehr stark sein. Vertraut auf die Zwölfe. Euer Verwandter. Ihr war ein Untoter. Seine Leib wurde von Binden und starke schwarze Magie zusammengehalten. Sieht einen Moment lang so aus, als würde Janan versuchen, die Stuhlehne vom Möbelstück zu reißen. Aha. Und das sagt ihr mir jetzt. Ich fand, im schwarzen Palast war, nun, wie soll ich sagen, nicht die rechte Zeit, um euch diese schlechte Gründe zu überbringen. Es ist nie die rechte Zeit. Aber im Verlass hätten wir wenigstens etwas tun können. Was hättet ihr dann tun können? Hättet ihr ihn in zwei geschlagen? Zum Beispiel. Oder ihn angezündet. Oder was weiß ich. Irgendwie hätte er sich schon erlösen lassen. Ihr habt noch nicht oft mit Untoten zu tun gehabt. Wie mir scheint, diese Wesen sind deutlich stärker als die kalten Alrics, wie man den Troubulen so schön sagt, nennt. Es ist mir doch egal. Euer Gnaden, ihr seid doch. Ihr seid doch eine Gewarte des Herrn des Schweigens. Ihr versteht das doch. Untote müssen erlöst werden. Selbstverständlich. Seht ihr, Avel mir? Warum habt ihr nicht früher was gesagt? Das ist der größte Frevel, sie aus ihren Gräbern zu reißen. Es war nicht genug Zeit und wir hatten einen Auftrag. Erinnert euch? Es hättet ihr schon irgendwie beides hingekriegt. Ich weiß, ihr seid sehr impulsiv und genau diese Reaktion wollte ich vermeiden. Dass ihr etwas, nun sagen wir, etwas Impulsives tut. Und die ganze Mission gefährdet. Dann habe ich schon mal die Mission gefährdet. Wollt ihr wirklich daran erinnert werden? Oh, spart es euch! Nun, ich fand es auch meine Aufgabe, euch Kunde von eurem Verwandten zu bringen. Damit ihr wisst, wo ihr ihn finden könntet. Wenn ihr ihn wirklich erlösen wollt. Vielleicht solltet ihr euch mit euer Gnaden derding unterhalten. Über die Stürme in eurem Kopf. Aber mir! Ja, mein Freund. Warum? Warum euch die Zwölfgötter so schwer prüfen? Ich bin es. Nicht die Zwölf. Das weiß ich nicht. Die Zwölfe haben Pläne. Für alle ihre Seelen. Ich auch. Ihr müsst Vertrauen haben in die Zwölfe. Wie kann ich das, wenn sie es auch immer wieder zulassen, dass ihre Seelen verloren gehen? Die ihrer treuen Gefolgsleute. Die Pläne hat das nicht verdient. Niemand hat es verdient, ein Untoter zu werden oder zu sterben. Aber ihr müsst auf die Zwölfe vertrauen. Auf ihre Pläne. Das spielt ein Einzelner vielleicht nicht die große Rolle. Aber ihr müsst das Gesamtfahrt betrachten. Was heute vielleicht verloren scheint ist, wird morgen für die Zwölfe gewonnen. Und die Dunkelheit zurückgedrängt. Wir können hier sterblichen, können nicht die Pläne und die großen Zusammenhänge deres erkennen. Und was tun wir dann noch hier? Wir müssen vertrauen und kämpfen. Aufrecht stehen. Und die Dunkelheit bekämpfen, wo wir sie treffen. Manchmal erfährt das natürlich persönlich Opfer. Es gibt wenig, dass ich nicht geopfert habe bei mir. Das hat das nicht irgendwo hingebracht. Ihr betrachtet das nur aus eurer Perspektive. Ihr habt zahllose Menschen geholfen. Indem ihr tut, was ihr tut. Ihr müsst deswegen nicht verzweifeln. Seid standhaft. Ihr steht, die dunklen Stimmen im euren Kopf. Natürlich, die Stimmen. Derweil unten. Als Iseron wieder zu den Gefährten, wenn man sie so nennen kann, trifft. Am Tisch, Torgosch, Egna, Ömer und Iolaus. Guten Abend, die Herren. Werte Kollegen. Ihr setzt euch doch zu uns. Gerne, danke. Sie setzt sich. Und, ist man allseits bereit für die Reise? Oh ja, fast. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, endlich diesen Bericht fertig zu schreiben, von dem ich euch erzählt habe. Wollt ihr einmal die erste Ausgabe davon lesen? Oh, natürlich. Sehr gerne. Das ist kein leichtes Thema. Vielleicht solltet ihr vorher etwas essen. Wenn ihr meint. Wie kalt wird das denn, wenn wir uns darauf vorbereiten sollen? Bitte nochmal? Gelehrte Dame von Schwurz und ich fragte gefragt, wie kalt es denn wohl wird, eurer Meinung nach, wie wir uns darauf vorbereiten sollen? Also wie dicke Kleidung. Ach, auch nicht kälter als hier in Piranefurten. Also sicher, es ist ein wenig nördlicher, ein wenig bergiger, aber mittlerweile ist ja auch schon Fex. Also der schlimmste Winter ist schon hinter uns. Ja. Den wievielten Fex haben wir eigentlich? Den neunzehnten. Ja, man sieht so ein kurzes Schmunzeln auf immer's Gesicht. Ja, der neunzehnte. Hm, da die Zeit auch vergeht. Aber zumindest haben wir ja noch unsere Winterkleidung. Oder haben die noch alle? Ich hab meine weggeschmissen, weil sie auf dem Wagen zu sperrig war. Ich glaub, das mussten anderen dann auch tun, weil wir uns nicht draufgepasst hätten mit den Rucksäcken. Ach, ich hab meine vorangezogen. Nun, ganz ohne Winterkleidung sollte man natürlich nicht mit auf die Reise gehen. Ja, ich hab dicke Kleidung und eine Jacke, aber eben keine richtige Winterkleidung, so wie ich sie getragen hab, als wir über diesen Pass gelaufen sind. Vor zwei Monaten. Das ist doch schon zwei Monate her. Ist nicht? Ja, doch schon, aber... Wenn man den Haut ist ja jetzt und das ist angenehmer Nieselregen. Vielleicht ein bisschen kalt und ein bisschen windig, aber... Das ist doch nicht... Oder seid ihr so dünnhäutig? Doch, was? Haben die andere kleinere Haut? Ich weiß nicht, also so eine Jacke ist bestimmt gar nicht so schlecht da oben, oder nicht? Wenn die so groß sind, dann zieht sich die Haus auseinander und dann haben die weniger Haut. Macht schon Sinn. Wir haben einfach mehr Haut auf weniger Oberfläche. Klarer Fall. Sag mal... Ach, seine Haut ist einfach die Sonne gewöhnt. Sag mal, Isarone, wie alt bist du denn? 80? Nein. Ich denke 85. 85, so alt schon. Wie kommt ihr auf diese Zahl? Ihr seid schon ausgewachsen. Wir haben uns vorhin gefragt, wie alt hier Alan ist und da dachte ich mir... Ja, kann man doch mal fragen, wie alt du bist. Du siehst erfahren aus. Ach so, ja, ich fürchte bei... Falten auf der Stirn und so richtig schön hart und man kann sehen, dass so ein paar Kämpfe hinter dir hattest. Da sieht man... Und dann denke ich mir so, 80 hast du sicherlich schon 100 vielleicht noch nicht ganz. Ihr habt möglicherweise schon davon gehört, dass Menschen nicht so alt werden? Ja, ich würde nur so um die 140, habe ich auch schon gehört. Sehr traurig. Da kann man sich ja kaum mit euch anfreunden, dann seid ihr ja schon tot. Ja, die lernt ihr euren Opa denn noch kennen? Ja, also normalerweise 140, das ist doch schon sehr hoch gegriffen. Da müsste man schon besonders von der Herren Zahl gesegnet sein oder so. Die meisten werden leider nicht einmal 70. Was? Da ist man ja noch... Einen alle kurz vorm Tod? Boah, das ist aber schade. Ich fange gerade an, euch zu mögen, und ihr seid alle schon kurz vorm Tod. Wie alt seid ihr denn? Wie wollen wir denn noch schöne Geschichte erleben, wenn ihr so schnell wegsterbt? Okay. Dann müssen wir sie einfach schneller erleben. Wie alt seid ihr denn? Ich bin 31 Götterläufe alt. Was? Du darfst schon draußen rumlaufen? Was sagen denn deine Eltern dazu? Also wirklich? Naja, es läuft alles doch deutlich anders bei uns Menschen, also. Wenn man mit 20 noch nicht selbstständig ist, dann geht man schon als verwühlt. Wie viele Brüder hast du eigentlich? Brüder habe ich gar keine. Ich habe eine Schwester. Zwillinge, Torkosch. Zwillinge, Torkosch. Was? Was seid ihr denn für traurige Kreaturen? Ich habe 15 Brüder. 15. Kleine Familie hast du ja noch. Hast du denn überhaupt eine Schwester eben da? Na ja, wir sind nicht alle Zwillinge und Vierlinge, aber naja, also meine Mutter hat schon richtig viele Kinder bekommen. Natürlich, natürlich. Eine ehrenhafte Zwergenfrau. Eine ehrenhafte Zwergenfrau. Also auf meine Mutter. Ja, natürlich. Und wie, also ihr werdet nur 70, das ist ja... Ömer, sag mal, wie viele Kinder, wie viele Brüder hast du denn? Ich hatte mal acht Brüder, aber zwei sind in den strahlenden Grundschirms verstorben. Das tut mir leid, aber das lobe ich mir. Ach, das ist schon gut. Wieso denn nicht sieben oder neun? Warum ne Ungrado-Zahl? Du bist ja auch der Neunte. Ja. Ungrado-Grad. Naja, neunt gilt in den Ptoleminenlanden ist Chorgefällig, wobei ich jetzt mich nie so Chor komplett so gewandt habe. Bis heute nicht. Und du bist der Hälteste oder der Jüngste, oder? Ich bin ein ziemlich mittleres Kind, kann man sagen. Ihr versteht eine Sache falsch. Menschen werden nicht als Zwillinge geboren. Nicht immer. Selten sogar nur. Hier ist eine arme Kreatur. Bei uns war auch kein einziger Zwilling. Aber immer, das tut mir leid. Immer, das tut mir leid mit deinen Brüdern. Das ist nicht gut. Ich habe auch von meinen letzten beiden, da ist einer, einer hat die Feuertaufe nicht geschafft. Und der andere hat dann Schande über die Familie gebracht und ist ausgezogen. Jetzt ist er auch so ein Drachenmagier. Na, einer meiner Brüder ist verblutet, als wenn ihm die Hand abbeschlagen hat. Warum macht man sowas? So geht man mit Dieben um in Kuntjung. Und den Lachen Me Ocean. Vielen Dank.